Part Nummer 14, Clash auf Clans, Leute. Ja, immer noch mit zwei Bauarbeiten unterwegs, ne? Das ist schlecht. Aber egal. Wir können jetzt erstmals was im Labor machen. Wundervoll. Dann machen wir hier das da und das da. Und haben somit erst mal das durch. So, dann können wir jetzt mal wieder angreifen. Ja, dafür brauchen wir Rathus 4, das sollten wir also noch nicht angehen. Es ist blöd, wenn die Verteilungsbeute irgendwie hinter Mauern stehen, ne? Oh, hier haben wir sogar so einen Rathus 4, hier auch. Und wir gehen einfach mal die komplette Verteilung. Ja, muss sein, ne? Muss sein. Und das war es auch dann schon wieder von diesem Part. Ja, ich weiß, es geht immer relativ zack zack. Aber was willst du so großartig viel machen in Clash, ne? Es ist einfach, du upgradest das Gebäude. Du kämpfst. Das war's. Jedenfalls werden unsere Überbahn im nächsten Part auf Level 2 sein. Bis dann und ciao.